Herzlich Willkommen bei 4x4 Passion. Ich bin Valentin von Schwandrunner und zeige euch heute mal ein bisschen was wir hier schönes alles bei uns im Showroom in Hannover haben. Unser Kerngeschäft von Frontrunner sind Dachgepäckträger und ich zeige euch jetzt mal was wir alles für verschiedene Möglichkeiten haben. Das heißt einfach hier mal eine schöne Aufreihung von verschiedenen Fußkits auf was wir eigentlich alles können. Das heißt eine Universallösung gerade bei Fahrzeugen wo man jetzt auf dem Dach keine Möglichkeit hat, keine Dachheilingen oder was hat, können wir immer in dem Moment wo auch gebohrt werden darf ein C-Profil draufsetzen mit verschiedenen Höhen an Füßen um darüber eine schöne Lösung für Fahrzeuge zu bekommen. Hier daneben haben wir eine schöne Variante wie sie auf den Jeep Wrangler drauf kommt. Das heißt da auf einen Hardtop das einfach insgesamt acht mal gebohrt wird und wir mit einer zweiten Aufnahme unten drunter direkt auf den Überrollbügel gehen um damit die ganze Last vom ganzen Dachträger direkt auf den Überrollbügel rüber zu schieben und nicht irgendwo unten auf die Karossa drüber zu gehen um ordentlich Last drauf zu bekommen. Hier unten drunter haben wir eine Variante. Das Ganze ist unser sogenanntes Grab-on-Kit mit dem wir auf alle verschiedenen Formen an Dachreilingen drauf gehen können. Hier drüben noch mal eine ähnliche Variante. Das ist das sogenannte Strap-on-Kit bei dem wir einfach einen Gurt haben hier unten drunter der unter einer freistehenden Dachreilingen durchgeführt werden kann um darüber eine schnelle Lösung zu haben um eine kleinere Plattform auf ein Fahrzeug drauf zu setzen. Hier drunter haben wir die Variante die glaube ich die meisten kennen. Das ist ein Fuß der direkt auf die Regenrinne von Fahrzeugen geht. Das heißt das ist die typische Land Rover Defender Variante oder wie sie auf einer G-Klasse genutzt wird. Hier links daneben haben wir jetzt das neueste in unserem Portfolio und zwar ist das die sogenannte Grab-on-Flash-Rail-Mounting, womit wir auf alle möglichen Dachleisten gehen können, die komplett mit dem Fahrzeug verbunden sind. Also Dachleisten oder Dachreilingen, unter denen man nicht durchgreifen kann. Von den Trägern her sind wir komplett flexibel. Wie man hier schön sehen kann, wir haben insgesamt 55 Größen an Dachträger Plattformen. 5 Breiten, 11 Längen ergibt die 55 verschiedenen Varianten und dann halt aber das ganze auch komplett flexibel als Baukastensystem. Das heißt wir können von einer kleineren oder eine kürzere Plattform daraus mit anderen Seitenprofilen und nochmal extra Leisten eine längere Plattform draus machen. Genauso umgekehrt natürlich. Genauso können aber auch in den Plattformen einzelne Leisten weggelassen werden, wenn zum Beispiel ein Schiebefenster genutzt werden möchte, wenn irgendwo eine Luke im Dach ist. Neben dem Dachträger sind die Schubladensysteme auch im Kerngeschäft von Frontrunner. Wir können das Ganze in zwei verschiedenen Varianten anbieten. Das heißt einmal wie hier zum Beispiel das Ganze als Schubladenauszug, der mit Kisten befüllt wird. Haben die verschiedenen Boxen entweder als Cupboxen-Schubladensystem, so wie hier jetzt, oder mit den nächst größeren Kisten mit den Wolfpacks. Als andere Variante haben wir die Schubladen als richtige Schublade. Alles abschließbar. Haben hier die Größe von der Schublade, dass hier auch normal Cupboxen reinpassen oder aber das Ganze als einfache Schublade zu nutzen, um alles anständig und ordentlich sortiert zu haben. Für alle, für die zum Beispiel ein Schubladensystem einfach zu klobig, zu groß ist, die aber einfach nur was noch mal besser organisieren möchten, haben wir hier eine schöne Variante vor allem für Pickups. Das heißt ein kompletter Auszug, damit man die ganze Ladefläche an sich ausfahren kann und nicht ständig irgendwie auf den Pickup hinten auf die Ladefläche draufklettern muss. Ein unglaublich schönes Produkt von Frontrunner selber sind auch die Wolfpacks, werden auch immer bekannter. Eine sehr stabile, schöne Kiste, für die wir inzwischen tatsächlich auch das Ganze nochmal als eine Variante mit einem hohen Deckel haben. Für alle, die die Kisten auf dem Dach zum Beispiel nutzen möchten, dadurch, dass die Kisten zwar ordentlich Wasser abweisen, aber halt nicht hundertprozentig dicht sind, wenn es wirklich mal richtig lange regnet und man schnell durch den Regen fährt, haben wir eine schöne Variante. Das heißt, wir haben den Monsunberg entwickelt. Dieser Berg ist wirklich komplett wasser- und staubdicht, ordentlich verschlossen und hat auch obendrauf nochmal das Ganze eingewickelt, damit es wirklich komplett wasser- und staubdicht ist. In den Monsunberg selber passen zwei Cupboxen rein. Oder man nutzt das Ganze einfach nur als Tasche ohne die Boxen. Kommen wir zu unserem Frontrunner Campingstuhl. Er gewinnt immer mehr Fans, hauptsächlich tatsächlich aus zwei Punkten. Das eine ist, dass er unglaublich bequem ist, selbst wenn man lange drinnen sitzt. Das andere ist tatsächlich das Packmaß, weil man den Stuhl auf ein sehr, sehr schönes kleines Maß zusammenfalten kann und danach schön mobil ist mit seinem Stuhl. Wir haben jetzt gerade ganz neu bei uns mit reinbekommen ein Rack-Pad-Set. Als schöne Lösung, um zum Beispiel mal auf die schnelle Surfboards, irgendwas langes draufzulegen, damit das Ganze aber trotzdem ein bisschen Abstand zum Dachträger hat und kann danach mit Spanngurten, mit Stretch-Its, sonst was, schön befestigt werden. Wir haben hier an unserem Universal Surfboard-Holder auch die Stretch-Its. Vielleicht mal da ganz kurz, warum eigentlich andere Stretch-Its und nicht normale Spanngurte? Vorteil bei den Frontrunner-Stretch-Its im Gegensatz zu normalen Spanngurten ist tatsächlich, dass sie einfach mit einer Hand hier leicht zu lösen sind. Das gleiche auch dann dafür funktioniert, dass das Ganze schön gespannt werden kann. Bei unseren haben wir den elastischen Teil. Das heißt, selbst wenn ich ein bisschen durch die Gegend fahre, wenn ich mal über Stock und Stein fahre und mein ganzes Gepäck oben auf dem Dach nachrüttelt, können normale Spanngurte einfach mit der Zeit runterrutschen, weil sie halt einfach nicht nachjustieren. Das ist bei unseren nicht so. Unsere bleiben halt immer wirklich komplett in dem Platz, wo sie sein sollen. Bestseller bei uns genauso auch Max-Tracks auf jeden Fall immer. Es gibt inzwischen unglaublich viele verschiedene Varianten. Es gibt viele Kopien. Wir holen halt Max-Tracks direkt aus Australien rein, weil sie einfach gut sind, weil Max-Tracks einfach da auch eine gute Qualität bietet. Und wir bieten tatsächlich als einzige in Europa inzwischen schwarze Max-Tracks an. Ein großes Thema inzwischen und wird immer mehr ist Licht. Das heißt, wir haben für uns einfach auch eine schöne Range an Lichtern von Frontrunner selber. Wirklich ein guter Bestseller bei uns ist die 40-inch LED-Leiste. Macht ordentlich Licht mit knapp über 19.000 Lumen und kann einfach auch mit einem separaten Kabelbaum, den es bei uns gibt, direkt auf die Batterie eingeklemmt werden mit einem Extra-Schalter, damit sie halt auch nicht eingetragen werden braucht bzw. in dem Fall als Arbeitsscheinwerfer fungiert. Gerade eine 4-inch kleine Arbeits-LED. Genauso aber unsere 10-inch. Haben alle eine doppelte Steckdose unten drunter. Das heißt, was ich in dem Fall machen kann, wir haben auch hier nochmal 3 Meter Kabel extra dafür, die ich bei mir einfach ins Fahrzeug in 12-Volt Steckdose reinstecken kann und darüber dann meinen Arbeitsscheinwerfer befeuere. Neben den ganzen Dachträger-Accessoires haben wir halt auch schöne Lösungen für Sprit, genauso wie für Wasser. Hier ganz vorne zum Beispiel eine, wie die hinten an den Defender dran geschraubt werden kann bzw. an alles, was oben diese Regenrinne dran hat. Direkt daneben nochmal eine einzelne Halterung, die gut auf den Dachgepäckträger oben drauf geschraubt werden kann. Das Ganze als doppelte Variante oder nochmal als Variante, wie sie einfach an eine flache Wand dran geschraubt werden kann. Für alle, die nicht mit zig Liter Sprit rumfahren wollen, sondern eher mal ein bisschen was an Wasser nochmal extra mitnehmen möchten, haben wir das Gleiche nochmal als Kunststoffkanister für Wasser. Auch da zwei Varianten, entweder simpel als Kanister oder das Ganze auch nochmal mit einem Wasserhahn, dass man jetzt nicht ewig ständig die schweren Kanister irgendwo kippen muss. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen interessanten Einblick in die Frontrunner-Produkte-Range geben. Wir sind wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Das heißt von daher immer gerne im Onlineshop nachschauen, immer gerne anrufen und ansonsten auch immer gerne zu unseren Händlern überall verteilt. Freut sich jeder über einen Anruf.